ja alle hallo und herzlich willkommen zurück bei mir trunkelp ja wie versprochen habe ich die charaktere alle ein bisschen hochgelevelt alle auf level 15 ich habe dabei auch sehr viele reisepunkte entdeckt als ich trainiert habe und jetzt gehen wir uns mal auf dem weg zu umsonsten in der hoffen dass wir nicht so frei stehen alter was ist das für ein fett ist wieder unten will ich überhaupt auswenden wie stark dieser dino da ist glaube ich ja das ist ein dino doch nicht ausgestorben ich wusste es wirtschaften haben alle quatsch erzählt hallo die wollen nicht wahrscheinlich alle früh in ein die 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 Wie sieht das aus? Ich denke, du bist so cool. Wo ist denn, du bist so cool? Woh! 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 Ich habe ihn gerade angefüllt. Ich habe ihn gerade angefüllt. Dagas, du klickst mir deinen Sinn. Du brauchst dich zu überweisen. Das kann ich nicht wirklich nicht sein. Ich habe ihn schief. Du bist bereit. Ich habe einen Schuss. Oh, das ist gut. Die Valkansturm. Echt? Was ist das? Was ist das? Ach, der hat seine Kumpel gerade gerufen. Oh, der ist raus. Das ist so nett. Ich hab' die Verletzung, die die Verletzung mit der 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 Verletzung. Alter, das ist alles für die Achtung. Ich bin für den und lauf' dann weg. Aber wieder kann ich nicht ein- Hau' auf die Halt noch! Jetzt wird jeder! Weglaufen! Lauf, Leute! Das sind zu viele! Oh, ich bin der einzige von den Leuten, der noch lebt. Laufen! Weg! Da sollte ich wahrscheinlich nicht reinrennen, weil ich will. Ich geh' mal reingucken. Höchstnest! Komm' raus, komm' raus! Oh, äh, du bist doch eine Lieberhaufe, oder? Du willst mich nicht umbringen. Ich geh' da hoch. Vielleicht ist der Wann. Was ist denn hier? Okay, die Raupeslieb. Die will, die du umbringen. Was haben wir hier? Oh, da ist eine Kiste. Ich wusste, dass hier was ist. Treasurer Quiet! Dann kann ich ihr euch machen. Ich wüsste. Wenn du zum nächsten Mal willst. Und dann habe ich euch nach der Wann. Die Wann! Das sind die Möbeldienste. Dich? Und ich sage jetzt schon mal voraus, am Dienstag mache ich eine Special-Folge, wo es dann nur um die Nebenquesten geht. Flora heilt eine achingere Säule. Nein! Wir haben die Oberhandlung verloren! Dich krieg ich noch tot! Oh nein! Du bist nicht tot! Du bist nicht tot! Du bist nicht tot! Ich bin tot! Dann wäre das Schuss, also die ciao. Ja, sein Sie mir einfach so gut. Ich bin tot! Bist du nicht tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich glaube, das ist ein Koffer. Und das ist ein Koffer. Das ist ein Koffer. Exzellent! Ben! Das ist so schade! Ich glaube, das ist so schade! Ich glaube, das ist so schade! Das ist so schade! Das ist so schade! Ah, du! Das ist so schade! Das ist so schade! Das ist die Hauptsache! Das ist das Schade! Das ist die Hände! Das ist bestimmt auch was, aber das machen wir heute nicht! Hey, schau was ich gefunden habe! Congratulations! Sollte vielleicht auch mal bei einem Hotel Abschalge machen... ...und ein bisschen da die Bonus-Erfahrung einsammeln. N'haset n'haset... ...die muss sich töten! Du siehst, wie ich dir gezeigt habe und wir sind okay! Alles klar! Ja! Ha! ...und zwei Möchner mit deinem Hier im Hintergrund... ...und ein bisschen größer! Nachher hat Gott zugebracht! Soooo... ...tora, eine Art Dippen... ...und hat auch die verzichterende Eckart zugebracht... ...denn, die Hände sind nicht so gut! Ich mag die Hände! Schüttel! Die Hände sind gewollt! Die Hände sind gewollt! Die Hände sind gewollt! Soooo... ...und sie schütteln! Das ist schon ein Stad. Das ist schon ein Stad. Das ist schon ein Stad. Warum nicht? Wir machen eine gute Karte. Ich könnte das blind für dich getan haben. Ich habe es schon noch nicht umgebracht. Ich habe es schon einen Stad. Ich habe es schon gesehen. Wir machen es schon mal. Esuli sich für dich. Ich habe deine Stad. Ich bin sehr, was ich hier im Eich bordel. Ich bin sehr, dass ich mich fertig und gegrüßt. von euch habe ich schon welche umgebracht da lang oder da lang ich würde sagen da oben lang irgendwo ein meister meister direkt nebeneinander den kampf können die vergessen sind schwer platz zu kriegen kleine helse gang ich habe ich im fernsehen gesehen ich bin übersteuern weil ihr so unwichtig seit das hase ist schon stärker komm mal ok bringe ich hab's bekommen ich bin aber auch runter geflucht laufen ich glaube nur 300 leben das wird nichts naja jedenfalls ist es fast bei humor oder mal langsam zeitlich ein bisschen vorankommen das ist wahrscheinlich seine werkstatt dann können wir gleich zu wauw world has many amazing places in it perhaps rest and enjoy view for a bit so wo ist um so wo ist um na komm das ist um Manchmal, sie haben sich ein Jahr fast nicht gesehen. Wie klein waren der? Wir sind nicht seine Diener. Raumdenken, Nopols immer dreck, dass sie es Diener wären. Ein großer Schiffsbauer. Ist ja so gut wie Franky. Ich sehe, Tora's friends. Tora has lots of friends. Very good. Tora has become fine, Biggie Pon. Ja. Ja, aber nach Toregoth können wir nicht. All the way to Bum-Bum to see me. Oh, um, well, Tora run out of gold, hm? Nee. Ja, alles ist in Poppy reingeschlossen. Tora flat broke, like penniless Pancake. Das war's gut. Ja, das war's gut. Ja, das war's gut. Wie sollte man ihn spielen? War das, was die Grampi-Pan gearbeitet hat? Mein Name ist Papi. Bitte, dass Sie uns anbietern. Ja, das ist es! Das ist schön, dass die Grampi-Pan von der Grampi-Pan entfernt hat! Oh, naja, wie kann ich jetzt Tora aufbauen? Man, bin ich müde. Tora kann die Grampi-Pan nutzen, aber es ist ein Problem. Was ist ein Problem? Sie hat die Grampi-Pan ist aufgestanden. Sie sieht doch ganz in Ordnung auf das Schiff. Ich würde das so nehmen. Was fehlt denn? Das ist so, wie du sagst, Freund. Also, wenn wir die Grampi-Pan finden, dann... Natürlich! Ich mache die Grampi-Pan, dann gehst du alles! Danke! Danke! Komm alle! Los geht's! Los geht's! Los geht's, Schiff-Ingereien! Was ist das? Brauchen wir irgendwas spezielles? Ja, als aktive Mission. Okay, ein weiteres Stück. Als ob ich jetzt den ganzen Weg klaufe. Ich sehe, wo es hingeht. Es gefällt mir nicht. Das ist so weit weg ist. Okay, das ist hier hoch irgendwie. Das genau braucht man den Rätselbaumholz und Diamant-Eiche. Das Baumholz, das könnte ich bei einem der Reisepunkte holen, den ich gefunden hatte. Da ist nämlich ein Holzförderbetrieb unter. Oh Gott, das ist ein kleiner Weg. Wo ist nicht runterfallen. Du willst mich nicht töten, oder? Wenn ich jetzt an dir vorbei will, wüsst du mich nicht angreifen, oder? Ich will erst mal warten, bis der Vieh weg ist. Ich will nicht davon geflachtet werden. Okay, jetzt muss ich jetzt auch nicht mehr zu spielen. Ich wollte hier auch noch nicht mehr zu spielen. Ich will nicht mehr zu spielen. Ich will nicht mehr zu spielen. Ich will nicht mehr zu spielen. Nein, Binks Tax fade. Ja! Wait, bitte! Nach인� Friends have the struggle! W sowaslık такой darede Company sword morten! Nein, das bedeutet oder? Die Reisepunkte die Lowdowne nicht zu EAFly K cover. Ich bekomme rutan immisierlich. Und jetzt wohnen nichts mit köpfert. Das ist jetzt so ein ZD. Das war der Fall. Da ist er schon ein ZD. Hallo! Ich will es hier um mit dem ZD. Ich will es da. Mein Kampf aufhörst! Sie haben den Kampfgewehr. Das ist schon so schön. Das ist nicht so gut. Jetzt noch die Schlange. Aufhörst du ein. Aufhörst du das? Aufhörst du das? Aufhörst du das? Das ist so gut. Aufhörst du ein. Er ist aufhörst du? Oh mein Gott. so wie ich war so die 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 kommen zurück es kam keine spezielle Klinge mal wieder raus ihr wisst ja ich Gipfel ist wenn da irgendwo ganz normale Klingen rauskommt kommt denn da aber spezielle zeig es dir schon wieder dieser Kundschaft ich gebe mich gerade auf die Eier wenn die Kumpan für die Dreck die 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 Na komm, ich bin nicht verdient, wir wollen was für ein Skilling haben. Oh, der Einer hat zu abgehoben, runtergehoben. Ja, es ist auch noch möglich, gar niemand zu fällen. Mal, die in die Plätze runter. Hatte ich eigentlich nicht vorgehabt, nein, euch lasse ich jetzt nur Ruhe. Ich will dieses Baumholz holen und dann... und diese diamantrechte vielleicht gibt es dort um ja auch ich will jetzt nicht die ganze zeit nur in den kämpfen hängen ok bringe noch mehr von denen heute bin ich wohl ein guter jäger ja 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 hier gibt es 100% Holz und wer jetzt direkt Rätselbaumholz ist darauf muss man hoffen und das hier habe ich glaube ich jetzt noch ein einzelner als ich dort war oh ein Splitter, ein Flügelsplitter ähm den gebe ich mal Deggals dann hat er ein bisschen mehr Power wir sehen uns gleich bei Umon wieder und wir gehen und wir gehen wir gehen was haben wir hier off we go what will we find come out come out wir hier so shall we come out come out und da sind wir auch wieder Leute bei Umon Swerg es hat eine halbe Stunde gedauert bis endlich wieder Rätselbaumholz raus kam ähm war hier nicht vorhin noch ein Schiff ja wir haben beides bekommen ja ja das habe ich auch schon gemerkt dass der Titan fehlt der hat auch mal Hunger und ist deswegen weggegangen das was Rackwelle wo ist denn das jetzt schon wieder ok mit grün vollen Kuchen kann man die offenbar sehen ok der kommt nur wenn der Stand vom Wolkenmeer hoch ist wo ist denn das wo ist denn das guck erstmal hier und wo bist du lass es gehen hier ist schon mal nicht ach der Stand ist auch niedrig ich muss so oder so einmal kurz nach Torigow Ja, ich fühle mich stärker als vorher. Mehr, mehr stärker jetzt! Vielleicht? Ich bin noch immer stärkerer! ja da war ich hier eigentlich fast richtig so ist man da nicht ich mache das gleich einfach hier runter und schwimmen dahin warum soll ich den ganzen weg laufen ich meine da ist sogar eine schatztrohr auf meinem weg die ich jetzt natürlich als erstes holt mit drei kernkristallen aber erster titan danach die kernkristalle und danach zu um ja damit haben wir unsere titan da wir müssen hier nur eine grüne folgenkugel geben ja fressen überhaupt menschen ja das sind ja intelligente wesen die kennt genug andere auf ihrem rücken leben zu lassen doch ihr kennt das ja wenn was schönes bei ist zeigt euch wenn nicht dann heißt es gut ansonsten sehen wir uns gleich mal um uns werft tja leute es war schon wieder kein spezieller druck ihr wisst ich verheimnis euch wir können jetzt auch mal los sagen dann auch mal um und bescheid bevor jetzt hier wieder eine irre lange cutscene anfängt würde ich sagen wir beenden wir das jetzt erstmal und fahren dann erst beim nächsten part dahin obwohl den nächsten part wollte ich ja nebenquests machen ja wir machen erst die nebenquesten hier und dann nehmen wir um uns schiff okay so machen wir das dann ich speichere jetzt auf jeden fall mal eben wenn euch das video gefallen hat ihr kennt den ablauf like komi abo wird ihr alles drei da lassen wenn ihr es nicht wollt auch fein ich sag dazu nix wenn ihr aber ein abo da lasst das kleine glöckchen unten einmal anklicken nur dann erfahrt ihr wenn ich auch noch ein weiteres video rausbringen und ich würde sagen wir sehen uns dann im nächsten part wo wir die nebenquesten machen bis dann leute